Musik Ich freue mich sehr, bei so einem großen Club zu sein und habe keine Sekunde gezögert, hierher zu kommen. Ich bin wirklich froh, bei einem Club mit dieser Geschichte zu sein. Der Verein ist sehr groß und ich werde mein Bestes geben. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Verantwortlichen und der Trainer mich wollen. Und das hat viel mit mir gemacht. Es macht immer sehr viel Spaß, mit einem Trainer zu arbeiten, der Endspieler wirklich will. Ich bin mir sicher, dass wir gut zusammenarbeiten werden. Meine Stärken sind das Dribbling und die Geschwindigkeit. Ich mache mir selber keinen Druck, sondern spiele befreit auf. Aber wie gesagt, ich bin ein dribbelstarker und antrittsstarker Spieler. Musik 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 Musik